Hallo und herzlich willkommen zur Pre-Quest zu Battle for Azeroth auf der Allianz-Seite. Hortis heute haben wir vorhin schon durchgenommen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir auf der Allianz-Seite kommen. Okay, wir haben hier ein Schreiben von Prinz Anduin oder König? Nee, König Anduin Vrinn... Bekommen. Die Allianz geht vor. Die Allianz geht vor. Ein kurzlebiger Frieden. Meldet euch bei Meister Matthias Shaw, um weitere Einweisungen zu erhalten. Oh. Kenn ich doch auch irgendwoher. Störung im Eschenthal. Schauter Hauptmandellans Sommermonen in Astana berichtet. Portal nach Astana. So. Ja, also ich muss sagen, ich spiele nicht viel Allianz. Aber wenn ich Allianz spiele, dann spiele ich meinen Gnom Hexer. Ich glaube, ich habe ja damals schon ein Video gemacht zu der Pre-Quest von Legion. Sollte vielleicht auch mal einen Dämonen beschwören. Komm, wir nehmen den... Wir nehmen den leeren Wandler. Hebt mich frei. Leichen überall. So viele Tote. Wir haben versucht, der Horde eine Falle zu stellen. Ohne Erfolg. Wir konnten sie nicht aufhalten. Unsere Außenposten wurden überrascht. Einer nach dem anderen fiel. Die Wachen wurden vergiftet. Und die Zivilisten. Nicht einmal sie wurden verschont. Ich hoffe nur, dass einige fliehen konnten, bevor... Wow. Wer sagtet ihr, seid ihr? Malfurion hat also von euch gesprochen. Hört ihr die Schreie? Das sind mehr mögliche, als ich zählen kann. Die verlorenen Beben. Wow. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den Hexer überhaupt spielt. Aber das ist schon krass. Also, ich sollte vielleicht auch mal hier wieder schnell blöden, dann aktivieren. Mir war ja bewusst, dass das irgendwie zusammenläuft. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt... Wo wir dann tatsächlich aufeinandertreffen. So. Ich habe schon ewig lang keinen Hexer mehr gespielt. Ein paar Mal an Torus durchgerannt. Durchgerannt. Komm. Lernwandler. Tu deine Aufgabe. Komm, wir nehmen uns hier gleich den nächsten. Am liebsten mag ich ja echt den Dot Lock. Schatten gesperrt. What? Na, na, na. Das ist meiner. Den dachte ich auch noch mal kurz voll. Ja, und dann ehren wir mal wieder die Gefallenen. Nö? Die dunklen Husten. So. Nice. Wieviel müssen wir noch ehren? Okay. Dann haben wir noch einen. Gut, euch an unserer Seite zu wissen. Ja, kein Thema. So, Malfurion. Findet Malfurion im Eschenthal. Ja, wie man sieht hier, ich, äh, ja, ein paar Mal an Torus, ja, mythisch fünfmal. Sonst nur Schlagzugs-Browser. Also, ja, ich hab ja noch, ich hab noch nicht mal hier die, ähm, Quest im, in Sillitus gemacht. Ja, nichts gesockelt, nichts verzaubert. Ja, man merkt, ich spiel, oder ich hab nicht, ich habe, ich habe nicht viel Allianz gespielt. Da ich auf hoher Seite keinen Hexer hab, spiel ich vielleicht, äh, mehr Allianz. Ja, nicht mehr, weil Main immer noch Paladin ist bei mir, beim Blutelf. Ich weiß noch, dass ich den hier zu Beginn von Kataklysm, dass ich mir da mal einen Hexenmeister erstellt hab. Und das war dann er. So. Ist denn die dunkle Fürstin auch schon hier? Ich muss die Wildnis schützen. Bis hierher und nicht weiter, Banshee-Königin. Soldaten! Nein! Stürzt euch nicht in die... Immerhin wissen wir jetzt, wie gefährlich die Irrwische sind. Ihr dürft passieren, Champion. Die Irrwische werden euch nichts tun. Okay, cool. Seid gegrüßt. Okay, ver... Da ist in der Furbox. Die Natur steht euch wein. Ah, die Meisterklebe. Kennen wir ja noch. Ah, okay. Das ist Zoram-Ga. Mhm. Da sind wir jetzt also gerade. Druiden entsen... Heißt das nicht entsandt? Nicht entsendet? Druiden entsandt. Druiden... entsendet. Entsendet? Ich dachte, das heißt eher... Ich dachte, das würde eher entsandt heißen. Naja. Die werden schon wissen, was sie tun. So, erstmal alles schön voll dotten. Okay, wo haben wir denn hier noch ein paar Furbox? Da hinten. Zugriff! Ich setze viel zu wenig Heimsuchung ein. Was bringt das eigentlich? Ah, leidet mehr Schaden durch... Ja, ist zu schnell... War zu schnell vorbei. Wir töten einfach viel zu schnell. So, hierher, Kollege. Aber der hat nur noch... Er hat nicht mehr viel Leben. So, Lebenslinie. Damit hielen wir den wieder voll. Da hast du doch dein Ziel. Hier. Hau rein. Hau rein. Da haben wir eigentlich mehrere voll dotten. Wieso mache ich das nicht? So, dann entsenden wir wieder hier ein paar Druiden. Wir müssen sie entsenden. Wir haben sie entsandt. Okay. Man könnte aber auch sagen, äh... Ne. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin... Ich bin kein Meister auf diesem Gebiet. Trotzdem würde es mich interessieren, wie es richtig ist. So. Komm, dann nehmen wir den hier drüben noch mit. So, kriegt auch noch mal einen Dot von mir. Gut. Wir sind... Immer noch im Kampf. Ne, jetzt nicht mehr. Ein Albinodrache. Okay. Nun denn... Ich diene den Kaldorei. Zwingendem... Monströsen Schredder. Ah. Die Rota dazu muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. So. Dann haben wir das hier auch schon mal geschützt. Es gibt viel zu tun. Oh, nur. Ältesten gerettet. Red Grand... Fetzfell. Älteste Brau... Braunpfote. Gerettet. Okay. Nach euch, Champion. Wenn ihr wollt, dass ich... Die Fuhrbolgs sind für gewöhnlich friedliebend. Aus ihrer Heimat vertrieben worden zu sein, muss sie in Raserei versetzt haben. Das Ziel Handlungswerk zu machen? Ah. Das Ziel Handlungswerk machen. Oder? Nein. Verwüster, der Horde sabotiert. Ja, komm. Ja. So, jetzt aber. Toll. Wieso habe ich jetzt hier Aggro von denen denn? Oh. Hui. So, der Verderbnis. Hat der auch Aggro? Nee. So, ballern wir den mal hier bei der Lebenslinie voll. So. Schnell, erledigt den hier, bevor er die anderen alarmiert. Wen, wen hier? Ja. So, wo haben wir denn noch welche zu retten? Ah. Okay, let's go. Das Ziel Handlungsunfähig machen. So. Ich bin außer Reichweite. Da fand ich das von der Horde Seite aber besser. Die Horde muss die Fuhrbolgs aus ihrer Heimat vertrieben haben. Hm. Stimmt. 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 Okay, hier oben noch. Ach ja, da hat jemand schon mal den Weg freigemacht für uns. Die Horde. Es sind so viele. Ja. Okay, dann können wir hier gleich wieder ihre Rest abgeben. Und euch an unserer Seite zu wissen. Und wieder zur ONU zurück. Kommt, der kann ich doch eigentlich abbrechen jetzt, oder? So. Kriegt die Ursache von ONUs Schmerzen auf den Grund? Ah, er spürt eine Erschütterung der Macht. Ah. Okay, verstehe. Ich trinke nochmal ganz kurz einen Schluck. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was das ist. Irgendwas, irgendein Beeren-Saft. Aber Eiswürfel, Eiswürfel drin machen, alles besser. Habe ich so das Gefühl. So. Das war das jetzt, oder? Oder wie? Keine Horde zugelassen. Komm, das selber haben wir doch wieder Horde auch schon gemacht. Ich glaube, wir waren mit der Allianz jetzt schneller. So, hör mal auf. Weg mit dir. Ja. So, der kriegt auch ein paar Dots von mir. Nice. So, dann haben wir hier oben noch eins. Direkt. Ah, und da. Oh, hier haben wir gleich das letzte. Alles klar. Okay, jetzt nur noch Horde töten. Da haben wir noch nicht so viel. Genau. Einfach mal alles zu dotten. Wird schon irgendwie... Wird sich schon irgendwie regeln. Dasselbe können wir auch schön hier unten machen. So. So. Komm mal an den Rand. So. Phantom Singularität. So. 10 von 10. Nicer, dicer. Noch einen Wunsch, m'lady. Such mal Phurion bei der Windschnellen. Die Horde dringt tiefer in die Dunkelküste vor. Sammelt euch an den Wildschnellen. Schon unterwegs. Zwielichttal. Ich hör schon das Kriegsgeschrei. Wie kann ich euch behilflich sein? Mögen die Winde euch den Rücken stellen? Okay. Halt ich gut auf mein Essen fest, Texenmeister. Ja. Vernichtender Sprung. Felsbrocken schleudern. Ah, okay. Kein Pfad verfügbar? So. Hier aber. An vorderster Front. Ich finde sowas ja immer echt geil. So. Und hier rüber. Immer rein, ja. Wir haben noch fast 90% Leben. Oh. Hat gerade ein bisschen geleckt. So. Eine noch. Hallo. Hallo. Und wieder zurück. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Trifft euch mit Marforion und Danassus. Möge die Natur euren Pfad leiten. Okay. Nach Danassus müssen wir. Rutheran. Okay, wir können hier gleich zum Hain der Uralten. Und dann von dort nach Danassus fliegen. Wenn es möglich ist. Baum des Lebens. Achso. So werden dann wahrscheinlich auch die Warfronts aussehen, oder? Hier müsste der Hain sein. Okay. Wie darf ich helfen? Komm, kann ich gleich nach Danassus fliegen? So. Dann sehen wir uns in Danassus wieder. Uh, es regnet. Es regnet in Danassus. Aber auch nur in Danassus. Es gibt viel zu tun. Okay. Die Horde wird für diesen Bühnen. Und ich habe gerade auch eben noch gesehen, dass ich nicht alles hier, äh, aus meinem Zauberbuch rausgezogen hatte. Zum Beispiel hier den Dunkelblick beschwören. Seid gegrüßt. Okay. Oder was hatten wir noch? Blutsauger war noch nicht raus. Äh, Schattenfuhrer hatte ich auch noch nicht rausgezogen. Es ist, Sonne scheint und es regnet. Hier müsste doch irgendwo ein Regenbogen sein. So. Und die Mondpriesterinnen. Oder Mondpriesterinnen. Sind ja wahrscheinlich mehrere dann. Terrasse der Händler. Uh. So, wo ist er denn? Hier. Sternsucher. Das ist klar. Hier war doch irgendwo noch ein Portal nach Rutheran, wo wir jetzt auch noch hin müssen wieder. Wenn ich mich richtig erinnern kann. Dort unten. Okay. Ich muss die Wildnis schauen. Unsere Flotte ist aus Silithus zurück. Nun sei Dank. Wir haben sie bitter vermisst. König Anduin sendet uns Soldaten zu Hilfe. Wir müssen standhalten, bis sie hier sind. Die Kaldorei werden eure Taten nie vergessen, Champion. Eure Hilfe in dieser dunklen Stunde könnte den Unterschied ausmachen. Möge unser Wille stärker sein als ihre Kriegsmaschinen. Der Krieg wird nicht von einer Schlacht entschieden. Unsere Zeit wird kommen. Alles klar. Heißt. Okay. Hier sind noch keine Worldquests. Aber gut. Okay. Das ging jetzt echt schnell. Mit der Allianz. Einer hat geschrieben. Dunkel. An der Dunkelküste sind jetzt Worldquests. Ne. Ich hab da auch keine Worldquests. Seid gegrüßt. Okay. Ähm. Vielleicht muss ich da auch erst mal selbst hinfliegen. Wo ist denn hier der Flugmeister? Ich bin geirrt. Wir fliegen mal kurz nach Lordanel. Dauert wahrscheinlich nicht lange, ne? Ist ja gleich hier drüben. Komm, das kann ich jetzt schon sehen. Ich hatte irgendwie mal Bock. Von hier. Von Bashir aus. So in Richtung Kulti Rast zu fliegen. Der Nebelrand. Dunkelküste. Ne. Ich hab immer noch keine Worldquests dort. Aber gut. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder das Ende. Oder? Ich glaube, bei der Horde hatten wir jetzt 50 Minuten gebraucht. Aber da hatte ich jetzt, da hatte ich auch noch die Worldquests dazu gemacht. Die eigentlich, ja, unnütz wären, sag ich mal. So, Lordanel. Immer noch keine Worldquests. Naja, gut. Hätte ich gesagt. Sind wir froh, dass, ähm, Teldrass hier noch nicht brennt. Oh, was haben wir da? Vielleicht, vielleicht ist hier noch was. Was hört euch hierher? Okay, mit der kann man auch nicht reden. Also, schon reden, ansprechen, ja, aber... Nichts annehmen. Okay, dann hätte ich gesagt. Ähm, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ähm, wir haben jetzt beide Seiten wieder, wie damals bei der Legion Prequest durchgemacht. Ähm, vielleicht kommt es ja noch. Aber was ich, äh, geiler fand an der Legion Prequest, dass es eben, ähm, so ein... Wie soll ich sagen? Das ist eben hier an der verhärten Küste, ähm, dass es da eben so einen, so einen kleinen Raid gab. Wo man hier, äh, bei der Allianz hier unten gekämpft hat, mit der Horde dann hier oben und so. Da, aber vielleicht kommt das ja alles noch. Vielleicht kommt das noch, ne? So, wenn, äh, wenn das auf jeden Fall irgendwann kommen sollte, da mach ich wieder ein Video drüber. Also, ähm, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Euer Sorak und tschüss.